Grüß Gott, mein Name ist Markus Bühler von Lebenstraumimmobilien. Heute stelle ich Ihnen eine 2-Zimmer-Dachterrassenwohnung in Taufkirchen vor. Das Haus wurde 1993 gebaut und verfügt neben der wundervollen Dachterrasse mit Südwestausrichtung über einen Einzeltiefgaragenstellplatz. Begleiten Sie mich auf einen Rundgang. Untertitelung des ZDF, 2020 Hat Ihnen unser kleiner Rundgang gefallen? Wenn Sie ein Interesse an einer Besichtigung haben, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis bald! Musik 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 Musik